Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Das war durch den E-Mail-Verteiler unseres Studiengangs. Da habe ich die E-Mail gelesen und mich dann beworben. Lieber Kaffee oder Tee? Definitiv Kaffee. Wo ist dein Lieblingsplatz am FZI? An meinem Schreibtisch natürlich. Wenn du einen Privatjet hättest, wo würde die Reise hingehen? Nach Südamerika. Lieber Serien oder Filme? Eher Serien. Hund oder Katze? Hund. Durch welche Tür betrittst du morgens das FZI? Ganz normal durch den Haupteingang an der Rezeption vorbei. Wie weit fährst du zur Arbeit? Mit dem Rad so ca. 20 Minuten. Was für Schuhe trägst du am liebsten? Sneaker. Welcher ist dein Lieblingsroboter? Holly. Wie ist das Arbeitsklima am FZI? Die Kollegen sind sehr nett und dadurch ist dann auch alles sehr entspannt. Also es ist eine schöne Atmosphäre. Wie bist du ans FZI gekommen? Durch das Stellenangebot, was ich bekommen habe. Welchen Kollegen würdest du gerne mal bei der 100 Sekunden Challenge sehen? Das ist der Dominik. LinkedIn oder Xing? Keins von beidem. Welche Zukunftsperspektiven hast du am FZI? Also da ich hier gerade als Hilfswissenschaftler angefangen habe, hoffe ich, dass es noch ein bisschen weitergeht.